Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Pendel Orakel für Monat August Ich pendel bestimmten Karten aus und das ist eine Botschaft, was kommt Monat August auf uns zu. Ich beginne, wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, dann ist eine Karte da und es möchte etwas sagen. Die nächste Karte und dann schon wieder weiter. Und die nächste zwei Karten möchte auch etwas mitteilen. Schicksalswegen kreuzen sie sich. Das kann eine schicksalhafte Begegnung sein oder schicksalhafte Entscheidungen. Bedeutet auch, dass etwas schicksalhaft ändert sich in eurem Leben. Es ist zwar etwas noch unklar, undeutlich, besonders wenn es um eine rechtliche Lage handelt oder hat das mit Ämtern was zu tun. Liegt auch hier ein Vertrag oder ein Dokument. Aber kommt eine glückliche Wende, stabilisiert sich etwas und kommt Geld. Die Anker beschreibt auch die berufliche Situation. Das kann ein Arbeitsvertrag sein, was auch die Ring symbolisiert und dieses schriftliche Dokument. Ein festes Arbeitsvertrag und die Finanzen liegen hier sehr gut. Dieser Turm kann auch bedeuten, gefangen fühlen, in Gefühlen wie Angst. Das macht etwas undeutlich, unklar, weil Angst blockiert auch. Aber hier ändert sich schicksalhaft etwas. Kommt Monat August eine glückliche Wende und Veränderung. Und dieser Ring kann auch eine feste Partnerschaft oder eine Verlobung oder eine Ehe auch bedeuten. Aber symbolisiert auch Verträgen und bezüglich mit diesem Karte Anker wäre dann ein Arbeitsvertrag, was auch Geld bringt. Wobei Anker bedeutet, auch verankert zu sein. Diese Gefühle haben endlich angekommen zu sein. Die Bilder zeigen auch, dass all das, was bis jetzt unklar, undeutlich war, die Einschränkungen oder ämtlichen Sachen, da ändert sich etwas schicksalhaft und bewegt sich alles in die richtige Richtung. Falls euren Wunschpartner noch verheiratet ist, was hier dieser Ring symbolisiert, und bis jetzt war alles unklar, undeutlich. Jetzt kommt eine schicksalhafte Entscheidung und der Turm kann die Gericht bedeuten und diese Veränderung heißt, er trennt sich von dieser Frau. Und dazu kommt die berufliche Veränderung. Und das war die Pendel-Orakel für Monat August. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.